Fußball-Nationalspieler Mats Hummels und Kathy Hummels, E.M. Fischer, sind seit 2007 ein Paar. Im Juni 2015 läuteten die Hochzeitsglocken und drei Jahre später krönte die Geburt ihres Sohnes Ludwig das Liebesglück. Sehen Sie hier die Bilder ihrer Liebe. 20. September 2021 Während Söhnchen Ludwig an der Hand von Papa Mats durch die herbstlichen Straßen läuft, schießt Mama Kathy ein Selfie ihrer kleinen Familie und postet eine rührende Liebeserklärung an ihren Kleinen, er ist der beste Junge, ach ja und der schlauste, liebste, schönste, lustigste. Sig, die Moderatorin ist sichtlich stolz auf ihren Sohn, und teilt ihre Liebe offen mit ihren Fans. 17. August 2021 Wer versteckt sich denn dahinter der coolen Pose von Kathy Hummels? Der Herr mit Hut ist der Moderatorin absolut nicht fremd. Papa Freddy kann sich die lustige Geste auf dem Urlaubsschnappschuss seiner Tochter nicht verkneifen. Die Influencerin urlaubt zur Zeit mit ihrer Familie in Kroatien und hat sich für eine lustige Bootsfahrt mit all ihren Lieben entschieden. 26. Juli 2021 Wochenstart mit süßen Küssen Kathy Hummels hat in den nächsten Tagen viel zu tun, und für die richtige Motivation gibt es von Ludwig süße Küsse für seine fleißige Mama. 9. Juli 2021 im Hause Hummels gibt es süßen Familienzuwachs. Seit kurzem ist Kathy Hummels stolze Hundemama von Pudeldame Moon. Auch Söhnchen Ludwig freut sich über seine neue, knuffige Spielgefährtin. Danke, dass ich euch habe. Schreibt die Moderatorin voller Glück zu dem schönen Foto mit ihren beiden Kids auf Instagram. 14. April 2021 Kathy Hummels war durch ihre Moderationstätigkeit in Thailand mehrere Wochen von ihrem Sohn getrennt. Umso größer ist die Freude, als der kleine Ludwig seine Mama wieder in die Arme schließen kann. Und das Beste! Piratin Kathy hat sogar einen Schatz für ihn im Gepäck. Denn ihre Abwesenheit hat sie dadurch erklärt, dass sie große Abenteuer auf einem Piratenschiff erlebe. Die Macht werden nicht erhöht, dass sie von ihnen und das Beste des Kuss getrennt. Das bl superficie-ホente Ob Access Torah haben, denn das Beste